Hallo, ich bin hier beim Wiener Bergplatz. Ich spiele heute gegen Wiener Berg und ich hoffe es wird ein gutes Match. Ja, wir werden dann später beginnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017